Oh, es geht Zeit. Sie haben sich die Ende, kein einziges Mal schmutzig gemacht, bleiben meist unentdeckt, so wie ein Dieb in der Nacht. Bei jeder Gelegenheit wird neues Feuer entfacht, um zu streiten und zu bruhlen, sie ständig um die Macht. Der Kampf um die Ressourcen, um die Vorherrschaft, sie konkurrieren um die Wette, blasen zur letzten Schlacht. Auf ihrem Weg durch die Zeit, so viel Trauer gebracht, es gibt zu viel zu beklagen, bis der Rest der Welt erwacht. Untertitelung des ZDF, 2020